Morgens auf der Alpe Obere Kalle, Bergidylle pur. Die Väter wollten ihren Kindern etwas Besonderes bieten. Und so einen Morgen erlebt man nicht alle Tage. Die Kinder jedenfalls haben ein Riesenspaß am Kuh-Rodeo mit Wiebesvater Stefan. Die Kühe streicheln, okay, aber Reiten auf den Viechern, das hätten die Mütter wohl nicht erlaubt. Das gefällt mir immer gut hier, also auch mit der Gruppe und es macht halt Spaß.